Sie sind ja elf Freunde, die sich prima verstehen, ich bin Kippurra. Ob sie weinen oder lachen, es ist ehrlich, was immer sie machen. Wir bedanken uns für die Nominierung der ersten Damen-Lutten. Wir nominieren die erste Herren aus Rechterfeld, die erste Herren aus Fisbeck und die erste Dame aus Hemmeltür. Wenn ihr das innerhalb der nächsten 48 Stunden nicht schafft, kriegen wir von euch ein Grillfest. Viel Spaß! Sie sind ja elf Freunde, die durch Dich und Dich gehen, ich bin Kippurra. Ob sie fallen oder rennen, sie sind Freunde, die sich niemals trennen. Wir bedanken uns für die Härteilen.